Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Last Dando Gaming und heute spielen wir mal wieder den Dealership Tycoon, z.B. Autohaus Tycoon. Und ja, heute mal ein ganz entspanntes Video. Heute ist nicht so mein Tag, heute ist echt ein scheiß Tag, ich habe auch ultra die Kopfschmerzen gehabt dort. Ja, jetzt geht es wieder, habe ich mal drangesetzt, dieses Video hier zu drehen für euch, damit morgen auch wieder ein Video kommt, hoffentlich auch pünktlich, denn gestern kam ja glaube ich das Video mit dem Simulator. Das kam erst so ein 20 Uhr irgendwas, würde ich weiß auch nicht, was da los war, irgendwas war da mit meinem Rendern falsch. Also es hat auf jeden Fall ein paar Stunden länger gedauert als Rendern. Eigentlich dauert bei mir so das Rendern nur so eine Stunde ungefähr. Ja doch, eine Stunde denke ich. Äh, und jetzt hat es aber ein bisschen länger gedauert, ich glaube drei Stunden oder so. Ja, also ganz schön lange auf jeden Fall. Auf jeden Fall versuche ich morgen wieder ein bisschen besser auf die Zeit zu achten, dass das Video auch um 13 Uhr und dann kommt. Ja, dadurch auch eine Idee gehabt, dass ich tatsächlich das ein bisschen umänder, dass ich jeden Tag um 15 Uhr das Video habe, weil um 13 Uhr ja viele immer noch arbeiten sind. Natürlich auch um 15 Uhr, aber um 15 Uhr sind meistens die Leute halt weder zu Hause. Genau. Hier übrigens ein Shader. Äh, ja, Shader habe ich hier drin. Der sieht irgendwie nicht so ganz geil aus. Also es sieht ein bisschen, naja, also es macht schon dieses Spiel eindeutig realistischer. Allein dieses Auto. Da guckt euch mal das Auto jetzt an. Und jetzt. Es sieht schon geil aus. Aber ja, ich höre es nicht. Wenn ihr wollt, dass ich mal das so mache, also ähm, und Auto, äh, 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 den Shader drinnen habe, dann sagt gerne in den Kommentaren. Äh, und joint auch gerne mal meinen Discord-Server, der ist unten verlinkt. Und würde mich freuen, wenn ihr einfach mal dort auf den Discord-Server geht. Und, äh, abonniert auch gerne meinen Kanal, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Das würde mich auch sehr freuen. Ja, heute ist mal ein bisschen ruhiges Video und auch Erklärungsvideo, kann man sagen. Auf jeden Fall ist das so, äh, das ich sagen wollte. Ja, genau. Das ist erstmal so, was ich wollte. Das fängt an in sieben Sekunden. Okay. Wir haben mal eine Option, das zu machen. Da oben was irgendwie geladen können. Ach, das ist der Shader, den ich dran habe. Der wird irgendwie aktualisiert. Oder was weiß ich. Und, naja. Wie folgt, folgt, folgt. Ja, das sind hier durch die Gegend. So. Ich hab vor, in diesem Spiel, äh, ich hab vor, in diesem Spiel alle Autos zu kaufen. Und, naja. Das wird noch mal kaufen. Ich glaub, ein paar gibt es auch nur mit Robux. Kann man das sein. Ja, also das hier ist alles nur... Ja, das hier ist alles nur mit Robux. Und die muss man bei Megas, das kommt ja schon, kaufen. Kann ich euch auch gleich zeigen, wo, wenn diese Runde hier zu Ende ist. Da sind wir in der Ziel. Königseck. 9-2-1. Okay. So. Also fahren wir erstmal hier nach rechts. Und nach links. Und nochmal nach links. Genau hier ist das. Müsste sogar das Mega-Dingspunkt sein. Ne, das ist der Hyperspaw-Wagen. Bordwagen, mein ich. So. Boah. Das ist nicht der Mega-Dealer-Chip. Irgendwo gibt es auch noch so einen blauen. Und das ist dann halt dort, wo halt wirklich die besten Autoskopien drin sind. Irgendwo hier ein bisschen noch so blauer sein. Ist nur die Frage tatsächlich, wo. Also, falls ihr übrigens wollt, dass ich noch Roblox-Content mache, dann sagt auch gerne noch Bescheid. Denn, ich mache es einfach nur, weil ich halt früher immer Roblox-Content gemacht habe. Und ich jetzt nicht deswegen, dadurch ich ja auch immer Roblox-Content gemacht habe, will ich jetzt auch nicht den Roblox-Content-Dingesbums wegmachen. Ja, deswegen kommt jeden, jede Woche zwei, äh, Jeden kommt jede Woche zweimal Roblox-Content. Also, auch ein Ist hier. Eine Laterne. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, will ich, halt, ich mache ja jetzt jeden Tag ein Video. Früher habe ich ja immer nur Montag, dann habe ich auch Freitag gemacht. Jetzt mache ich natürlich auch, ähm, die ganze Woche, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Kommt immer ein Video, jeden Tag. Genau. Wie hier einfach meine FPS-Anzahl, äh, angezeigt wird. Kann man auch nicht ganz so gut lesen. Aber das sollte ich doch mal lernen. So. Geschenk, Geschenk, Geschenk. Ich glaube das ist tatsächlich noch wegen Weihnachten, ne? Wir können erstmal jetzt wieder zurückfahren, wenn ich finde, wo... Na da ist wieder dieser rote Dings. Ob hier muss ich links? Ah ne, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ne, doch nicht. Ah ne, hier bin ich. Oh, das ist auch neu, sehe ich gerade. Und das hier ist auch neu. So ein Winter aus Spawn. Okay, alles klar. Und ich finde die Suppe so geil, ne? So. Dann gehen wir mal hier hoch. Die Autos will ich eigentlich erst später kaufen, weil ich will erstmal diesen Scheiß-Tings hier fertig machen. Tatsächlich. Weiß gar nicht, ob ich da ein Video zugemacht habe. Ich glaube tatsächlich schon, ne? Auf jeden Fall habe ich da ein Video zugemacht. Allerdings hatte ich da noch nicht die 16 zu 9 Videos. Ja. Und was ich auch nochmal sagen wollte ist, ich bedanke mich wirklich sehr, dass ich diese... 179 Abos habe, glaube ich. Ähm. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet auch eine coole und ruhige Weihnachtszeit. Ähm. Und, ja. Habt ihr hoffentlich auch ein bisschen mit eurer Familie verbracht. Und nicht nur die ganze Zeit am PC. Ja. Ja. Genau. Wollte ich so dazu, was ich noch sagen wollte. Und ich bedanke mich natürlich auch sehr, äh, sehr 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 in diesem Jahr. Äh. 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 Ja. Ist... Hab ich ja YouTube angefangen in diesem Jahr. Und jetzt ist schon das nächste Jahr. Und ich hab fast auch schon ein ganzes Jahr. Äh. Ja. Schon YouTube. Also mache ich einfach schon. Äh. Ich glaube ich mache jetzt YouTube schon seit 9 Monaten. 9 oder 8 Monate. Das ist einfach schon krank. Und dass ich jetzt schon so viel... Ja. Wie soll man sagen? Abos habe. Ich hab grad die Belao Dings gesehen. Ja. Auf jeden Fall... Bin ich sehr happy. Wir sind die super. Mordwagen. Auf jeden Fall bin ich sehr happy. Also... Naja. Hat mich... Hat mich schon gefreut. Mich freut's natürlich auch. Dass du, äh... Das ihr... Abonnieren. Und das freut mich auch. Und die Glocke aktiviert. Damit ihr keine Videos verbreitet. Passt. Da würde mich auch sehr freuen. Ja. Eigentlich ist das hier... Ich will nur ein Video. Wo ich einfach nur ein bisschen Real Talk rede. Weil in die... In diesem... Tycoon kann man halt gefreut Ugarnis machen. Also wortwörtlich Ugarnis. Deswegen war ich hier ein bisschen Real Talk. Ja. Auf jeden Fall kommt, äh... Abends... Am Samstag... Am Samstag... Kommt nicht, äh... Ein Roblox Video. Aber am Sonntag... Kommt, äh... Wieder ein... Äh... Video, äh... Von Roblox. Und, äh... Am Samstag. Also sprich... Übermorgen. Also ich dreh dieses Video schon am Sonntag. Weil ich Freitag keine Zeit hab, das... Video zu drehen. Ähm... Auf jeden Fall kommt, äh... Am Samstag, glaub ich... Hausflipper. Ah ja, genau. Hausflipper. Also die zweite Folge von Hausflipper. Ja. Und am Sonntag kommt dann Roblox. Und dann geht's auch in die... Nächste Woche rein. Ja. Das ist es so. Was ich erst mal so... Ja. Ja. Dann geh ich jetzt noch mal kurz zurück zu meinem... Autohaus. Dann würde ich sagen, das ist auch erst mal mit diesem Video wahr. Ich weiß auch nicht, ob jetzt noch mal eine Folge von diesem Autohaus hier kommen wird. Von diesem Taigun. Keine Ahnung. Ähm... Ja. Aber wenn es euch gefallen hat, das mal gerne liken, Abo und Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein Leute. Euer Sandu. Ciao. Ciao.